Der Demonstration von linken und kurdischen Gruppen in Kreuzberg sind 71 Menschen vorläufig festgenommen worden. So die Bilanz der Polizei einen Tag später. Demnach wurden 46 Verfahren eingeleitet, 87 Beamte wurden verletzt. Wie viele Demonstranten verletzt wurden, ist nicht bekannt. Sie hatten mit Flaschen und Steinen auf Polizisten geworfen, die Beamten setzten im Gegenzug Reizgas ein.